Also... Wann beginnt der Angriff? Boah, sind da stehen deine alle noch in der Base? So ziemlich, ja. Also... Wirklich alle. Ein Feindflieger, oder? Ja. Nur in Aufklärung, ich wills nur sehen. Ja. Hey, was kommt da auf mich zu? War das ein Kübelwagen? Nee, schlechter. Was kann schlechter als ein Kübelwagen sein? Das wirst du gleich sehen. Oh Gott. Was? Oh Gott, nicht wirklich, oder? Könnt ihr dir auch noch einen Opel holen? Was ist? Ach, das war dein... Ich hab gedacht, das wär der Opel. Nein, nein, nein. Das ist was anderes als der Opel. Oh Gott! Rette dich! Rette dich! Die Greyhounds dürfen dich nicht erwischen! Nein! Nein! Da wollen sie ja noch mehr! Damit mach ich meine Basen. Evakuieren! Ja, ja, ja. Lol! Er ist explodiert! Evakuieren! Wir müssen evakuieren! Warte, ich muss nur noch einen produzieren und dann... Können wir anfangen. Was? Du musst noch einen produzieren. Wie viel hast du dann? Ähm... 6... 12... 24... Äh... 18... 24... 30... 36... Okay, weil ich glaub ich hab jetzt dann... 30 oder so. Leichter Panzer, es geht zum Einsatzbereich! Okay, der letzte ist fertig. Warte, vier... Acht... Bereit machen zum Abmarsch! Bring uns zu dieser Position! Schnell! 19... 19... 23... Was ist das mit der für eine Bitch? Alter! 30, ja, ich hab jetzt 30. Okay... Dann geh ich auch nur mit 30 vor. Auf meiner... Auf der Insel ist nichts mehr von mir. Wir sind bereit! Bist du bereit? Alle in die Mitte, oder...? Nee, 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 auf die Insel! Alle auf die Insel? Ja! Ach du Kacke! Auf geht's! Bring uns zu dieser Position rüber! Schnell! Kacke! Da sind ja überhaupt alle drauf! Aber wenn wir sie in Wellen losschicken, dann ja! Bereit machen zum Abmarsch! Fahrer, vorwärts! Erwarten Befehle! Okay, nee, weil ich hab meine ein bisschen auf der Map überall positioniert, deswegen... Okay, ja, kann losgehen! Ich fahr... Ich fahr meine schon mal vor! Positionier meine gerade auch richtig hin! Bereit zum Kampf! Okay, die ersten von mir sind auf der Insel angekommen! Meine rücken gerade vor! Alter, wie das aussieht! Oh, was haben wir da oben? Ein Greyhound! Oh, da kommen schon die ersten! Ich wollt grad sagen, wir kommen wirklich nicht durch deren Panzerung! Auf geht's! Warte, ich muss noch kurz alle zusammensuchen! Pam, 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 pam! Also wir überleben in etwa zwei Hits von einem Greyhound! Da oben kommt der nächste Ansturm! Panzer?! Aussteigen! Leichtes Fahrzeug zerstört! Kanonier getroffen! Durchschnitt überprüfen! Heimen! Alter! Leichtes Fahrzeug zerstört! Leichtes Fahrzeug zerstört! Guter Neue! Leichtes Fahrzeug zerstört! Schnell verteilen mehr Verstärkungs-Truppen! Schnell verteilen mehr Verstärkungs-Truppen! Boah, Alter! Verdammt, der Motor wurde beschädigt! Raus hier! Aussteigen! Leichtes Fahrzeug zerstört! Fuck man, hey, meine Verstärkung braucht noch! Meine sind fast alle ausgeschalten! Oh Gott! Leichtes Fahrzeug zerstört! Leichtes Fahrzeug zerstört! Alter, dieses Schlacht fällt einfach! Auf geht's, schnell rein! Rein! In die Schlachtzone! Manövrieren! Aus auf die Eingriffszone! Los jetzt! Einzige Schreinerfahrzeug eingreifen! Wir haben in Bewegung! Beförderung erhalten! Weiß man nicht denn! Ach du meine Fresse! Fuck, ich hab noch irgendwo Greyhounds rumstehen! Ich weiß nicht wo! Also bis jetzt kann man schon mal sagen, der Luchs ist dem Greyhound überlegen! Boah Gott, euch drei schick ich mal zurück! Bring uns so schnell wie möglich doch hin! Wir sind die wertvollste Einheit der deutschen Armee! Ein Luchs! Ein Luchs, ja! Luchse! Das hört sich plausibel an! Und zwar sehr! Treppt uns in Bewegung! Sofort! Ihr seid die einzigste Einheit, die diese deutsche Armee zur Verfügung hat! Das stimmt jetzt wiederum! Oh, das war... Das war krass! Diese Schlacht fällt einfach! Hier oben! Oh, sie standen so schön in Reihe und Glied! Wurden alle in Reihe und Glied auch zerstört! Ja, ja! Deine! Ja! Ich hab's mir gedacht, hm, die leben doch! Oh nein, die sind tot! Ja, das denk ich mir auch die ganze Zeit! Bereit machen zum Abmarsch! Leichter Panzer, es geht zum Einsatz bereit! Es geht los! Bereit machen zum Vorrücken! Leichter Panzer, es geht zum Einsatz bereit! Erwarten Befehle! Fack, bei dem einen ist der Motor kaputt! Wir wechseln den Zug! Schnell zu ihm rüber! Leichter Panzer, bereit zum Entsetzen! Wirklich, der M... Der Greyhound ist ein leichter Panzer! Das ist nie im Leben ein leichter Panzer! Das ist vielleicht ein... L.A.V. Leichter Panzer, es geht zum Einsatz bereit! Der L.A.V. von damals! Die Übertragung von Munition zu Treibstoff hat begonnen! Bereit machen zum Abmarsch! Wir haben euch bereits erwartet! Wir haben euch bereits erwartet! Wir haben uns in Ruhe geflogen! Wir haben uns in Ruhe geflogen! Wir haben uns in Ruhe geflogen! Schwellwagen ausgeschaltet! Vorwärts! Weiter vorwärts! Erwarten Befehle! Feindlicher Beschuss! Wir sind bereit! Erwarten Befehle! Bring uns zu dieser Position! Leichter Panzer, bereit zum Entsenden! Befehle weiterleiten! Veteranenstufe erreicht! Viel getroffen! Beschussverlagern! Bereit zum Kampf! Jaaa, nein, noch nicht... ...oder Shermans! ...oder Pershings! Pershings wie Nuchs... Ein Purschen könnte da schon ein bisschen machen. Der könnte schon... Meine Luchse werden ihn aber auch ganz schön ordentlich reinhauen, wenn wir uns bewegen. Das ist halt unser Vorteil. Wir können uns gut bewegen. Okay, heutige Panzer noch besser, aber... Hey. Was auch mal interessant wird, wie viele Luchse brauchst du, um einen Abrams auszuschalten? Hm, oder einen Leopard. Oder einen heutigen Tiger. Also, du meinst schon, einen von denen, der fliegen kann, oder? Ja, ja, einer von denen, der fliegen kann, natürlich. Da bleibt die Auswahl relativ klein. Leichter Panzer, es geht zum Einsatzbereit.